Ah, hier wird wahrscheinlich kein Dschungel mehr kommen Kommst du? Ja, ich würde nur gerade einige spät von einem Baum Nein, boah, voll der Leck Hey Fullspeed Hier ist wieder Wüste Alter Nee, hier sieht es aus nach dem Ende der Welt gleich Echt? Ja, hier ist es Wollen wir da mal reingehen? Was kann man da machen? Haben wir Flossen? Nee, ne? Ich habe keine Flosse Dann werden wir vielleicht sterben Aber wir haben doch den Dings Was ist denn das? Wir haben den Spiegel, wir können hier rein Oh, hier ist ein Meteorit Aber ich habe keinen Spiegel Achso Ja, du bist lustig Darf ich jetzt nach Hause laufen? Oh Gott, ich werde sterben Du wirst sowas von sterben Ja, war richtig Du bekommst doch Leben Könnte es schaffen Oh mein Gott Oh, noch 100 Mann, das war knapp Da unten ist noch ein Meteorit Ja, da bricht man Wollen wir uns den holen? Ja, wie willst du dir unter Wasser holen? Brauchst du Luft? Ja, wir können uns da Luft Ey, was machst du das? Was bauen? Wir können uns so Dinger bauen Und dann so Luftkapseln Ja, mach das mal Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ein Hai Warum lässt du hier das Wasser weg? Alter Oh mein Gott Okay, wollen wir es erst mal lassen? Du hast keinen Spiegel, ne? Ich habe keinen Spiegel, ne? Dann gib mir mal dein Geld Dann lass ich einfach rumbringen Okay Hallo Ich will mal gucken, was hier unten noch ist Ey, lass mich in Droh, ich will dir noch mal kurz was gucken Hallo Ich geh schon mal, ne? Ja, ja, mach das Ich sterbe hier noch kurz und dann komm ich auch Ich sterbe noch kurz So Oh, ich wurde wieder durch Ja Ist das so sinnlos? Ich kapiere das nicht Chris wurde durch Was ist das? Du wurdest durch Achso Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Moment, das ist kein Filmfreundchen Munition geht extra Geschäft Ah, hier gibt es jetzt nochmal so Waffen Mini Hai Steinschlecht Ja, die holen wir uns Der kostet 25 Gold Wer? Dieses, äh, Dingster Mini Hai? Ja Echt? Ist die wirklich so billig geworden? Heftig, die hat mal 50 Gold gekostet Äh, 35 meine ich Kaufpreis für mal 30 Gold Ähm Wollen wir uns eine kaufen? Ich weiß nicht, was die kann Ich muss mal lesen, was die kann Ich weiß, was die kann Die ist immer, die brauchen wir eh zweimal 6 Fernkampff Gib mal schon mal deine Ohr her Wahnsinnig schnell Kein Rückstoß Gib mal dein Ohr Mein Ohr Ja, also nicht dein Ohr, sondern Ich weiß schon Dein Meteorit Wo ist denn der jetzt? Hier Knapp 2000 Äh, 200 2000 wäre gut Ja Wenn wir reich Und es reicht für über 40 Barrel Boah Da können wir uns fast 4 Viecher bauen Nicht gut Wir können uns eine Meteor HamEx bauen Wir können uns Rüstung bauen Aber ich denke mal Wir wollen Laserschwerter, ne? Mach das, was du am meisten bringt Ich kenne mich da nicht so aus Welche Farbe möchtest du denn? Welche gibt's? Ähm Wir hätten einmal rot, lila, blau und Äh, irgendwas anderes Hm, dann nehme ich lila Passt du mal im Ausfurt Outfit hier Okay, dann nehme ich Äh, blau Oder Nee, ich nehme Nee, nee Was nehme ich denn? Ich nehme Blau Nein Ich nehme ihn Was ist der? Gelb? Hm, nee, gelb will ich doch nicht Dann nehme ich Ähm Rot Einmal für mich Und einmal für dich Dankeschön Das kann man jetzt unendlich lang benutzen Ja Oh yeah Das ist ja mal geil Das können wir später auch noch updaten Äh, abdaten Aber sieht schon irgendwie Verbessern Sieht schon irgendwie ein bisschen schwul aus Das ist jetzt so lila ding hier so und so Ja Kann man das noch irgendwie ändern die Farbe? Hast du da irgendein Status drauf bekommen? Ähm Was denn? Ähm 14% Schaden 5% kritische Treffchance Und 15% Rückstoß Wie heißt das? Lila Laser Klinge Ähm Fromm Ach du hast Du hast ja Deutsch Ich hab englische Welsungen Ja Ähm Ja Dann würde ich sagen Gehen wir in den Dschungel Jo Das macht auch Licht Go Kann man die Farbe ändern? Nein Scheiße Können die aber noch eins bauen Aber kriegst du nicht Passt schon Hehehe Man warum hab ich denn kein Status bekommen? Das ist echt fies Bekomm nur nicht Mal gucken wie schnell der Dau geht Huiiii Einschlag Zwei Schläge Drei Drei Schläge Jo Jetzt hab ich schon wieder diese Kackpilze hier ein Okay hier waren wir schon mal Ja klar hier kommt doch dann noch ähm Dieses ähm Keine Ahnung wie die Zonekarte heißt Corruption ne Kommt doch gleich Stimmt die war auf der linken Seite gar nicht Ja Komisch Zwei Schläge gebraucht Und er auch Was kann man im Jungle dann alles so machen? Erforschen Man kann viele Rohstoffe farmen Man kann viele Rohstoffe farmen Die brauchen wir zwar nicht aber egal Ähm Und dann Da gibt's so Sporen und ähm Honnissen Okay Und Von den Honnissen die lassen Stachel fallen Und davon brauchen wir welche Und dann gibt's da noch so Sporen die leuchten so Und die brauchen wir auch und dann können wir später so ein Blade of Grass machen das ist auch so ein Schwert Und Macht glaub ich An die 30 Damage Und ist glaub ich auch das längste Schwert Okay Oder zweitlängste Und Und auch ziemlich cool Eins meiner die Finkschwerter Hier waren wir jetzt aber noch nicht Und dann kann man sich Was? Hier waren wir noch nicht Das weiß ich nicht Ich glaub nicht Nee ich glaub nicht Und dann kann man Gibt's Kann man aus den Sachen noch einen Boomerang bauen Den finde ich aber nicht so toll Ich mag Boomerangs sowieso nicht so sehr in diesem Spiel Und Dann gibt's natürlich noch Jungle Rüstung Boah Und hier haben wir schon den Jungle Und Und es gibt Es gibt hier auch noch andere Items Die du dir bei Accessoires reinpacken kannst Was sind das da? Diese Blüte hier Das ist ne Pflanze Jetzt suchen wir uns hier mal nen Eingang Hier Das hier sieht auch ganz gut aus Hier ist direkt ne Kiste Hier Ihn kannst du mal schlucken Und dann hast du Was hast du mir gegeben? Strahlendrank? Oder Ja und dann leuchtest du so Kannst du mal